Der britische Premierminister Keir Starmer hat die Briten im Libanon aufgefordert, sofort zu gehen, da rund 700 britische Truppen nach Zypern verlegt wurden, um im Falle einer dringenden Evakuierung bereit zu sein. In Anbetracht der Eskalation der Gewalt zwischen Israel und der Hisbola betonte Starmer, jetzt ist die Zeit zu gehen. Verteidigungsminister John Healy, der zuvor eine Sitzung des britischen Cobra-Notfallkomitees geleitet hatte, schloss sich dem Aufruf an und forderte ebenfalls alle Briten auf, den Libanon jetzt zu verlassen. Berichten zufolge sind bereits zwei britische Kriegsschiffe in der Region und Flugzeuge sowie Hubschrauber der Royal Air Force stehen bereit für eine mögliche Evakuierung. Die britische Militärbasis RF Akrotiri in Zypern wird als wichtiger Stützpunkt fungieren, während die Verlegung des Militärpersonals in den kommenden Stunden erfolgen soll. Unterstützt von Beamten der Grenzschutzbehörde und des Außenministeriums. Dieser Schritt markiert eine signifikante Erhöhung der Vorbereitungen des Vereinigten Königreichs auf eine potenzielle groß angelegte Evakuierungsoperation, die aufgrund der instabilen Lage als notwendig erachtet wird. Starmer äußerte Besorgnis über die Situation im Libanon und forderte einen Waffenstillstand, anstatt eine Eskalation der Gewalt. HMS Duncan, ein Zerstörer der Klasse 45, und RFR Mounts Bay, ein Hilfsschiff der Royal Fleet, sind bereits im östlichen Mittelmeer bereit zur Mobilisierung. Dies ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass das Militär sich auf eine mögliche Evakuierung britischer Staatsbürger aus dem Libanon vorbereitet. Bereits im letzten Monat waren mehr als 1000 Militärangehörige in Zypern und im Vereinigten Königreich in Bereitschaft. Dieses Bereitschaftsniveau, das zwischenzeitlich verringert wurde, steigt nun wieder an.